Juhu! Ich sehe gerade aber, dass er da zwei Magnete hat, das ist echt scheiße. Aber ich sehe da jemanden, der es gefährdet. Mal gucken, ob ich... Lasst ihr ihn in Ruhe? Niemals! Oh nein! Mal haben wir schmecken. Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh scheiße! Ja, komm! Perfekt! Ich bin ein bisschen eingerostet, wir haben jetzt glaube ich ein paar Wochen nicht gespielt, ne? Ja, es sind mindestens schon mal zwei bis drei Wochen. Ich habe einen! Ja, ich komm schon rein, ich komm schon rein. Mach mal, da könnt ihr sorgen. Obso, ich mach dich fertig wie jedes Mal. Man muss dazu sagen, ich gewinne jedes Mal. Also, wenn ihr glaubt, dass Nugget gewinnen kann, dann bleibt dran. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne da gehen. Weil ich gewinne sowieso. Hat dich schon öfters eines Besseren belehrt? Ja, ja. Bei Sudden Death. Ja. Ha? Ja, du bist auch ein bisschen eingerostet. Ja. Aber du bist frei, glaube ich. Ja, mittlerweile bin ich jetzt frei. Dein Wurm unten links ist auch ein bisschen komisch, ne? Ja gut, useless Wurm halt. Du meinst, du bist frei, ja? Ach komm! Ach komm! Ach komm! Du meinst, du bist frei, ja? Du bist frei! Ja, du bist frei, ja? Du bist frei! Ach, kommst du zu mir rüber? Das ist echt nett von dir. Joa, ne Granate ist da schon noch von nöten, aber die Richtung stimmt schon mal. Ach du, wenn ich gleich ne Kiste bekomme und da was Gutes drin ist... Ah, okay. Dann halt nicht. Okay, okay, was mach ich jetzt? Versuch's hier da oben einfach wegzusprengen. Könnt ihr mich selber töten dabei? Oder verletzen zumindest. Oh Gott, ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße. Punktlandung. Oh Mann. Okay, vielleicht hätten wir uns vorher einspielen sollen. Mir gefällts so irgendwie. Oh Gott. Vor allem, ich hatte mit Regi, als ich bei ihr war, das neue Worms gespielt und es ist halt vom Treffen her ganz anders. Vom Feedback und alles. Julian... Es müsste ein Nugget da drüben dran sein. Lass ihn. Hol dir lieber die Kiste. Mit dem Doppelsprung rückwärts. Nein. Ich weiß wohin das führt. Bin ich bescheuert. Lass den da oben in Ruhe. Ach so, gut. Ach ja unten. Alles gut. Aber ich flieg weg glaube ich. Nein. Wo sind die ganzen Kisten? Ach, bei mir unten. Unten bei Julian zum Beispiel? Ja, aber der ist ja fast tot. Wie auch immer ich das geschafft habe. Oh ja, oh 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 ja. Das nenne ich Glück. Ich glaube, das spare ich mir auf. Ich will den Typen da hinten töten. Ich werde das jetzt schaffen. Karamellcreme. Ich kann die Namen nicht sehen, weil es so weit weg ist. Oh ja. Oh ja. Nein. Skill. Skill. Das nenne ich Skill. Da waren es nur noch drei. Nein. Ja. Aber du fällst wenigstens nicht so wie ich. 2 Sekunden. Nächstes Mal bist du dran. Nächstes Mal wird es nicht geben, mein Freund. Oha. Okay, die muss auf jeden Fall sterben, die Kiste. Okay, hoffen wir mal, dass ich mich nicht damit umbringe. Es ist echt schwer darüber zu treffen. Von hier aus. Oh nein. Oh Gott, das ist so knapp. Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Hast du wieder Schweine gehabt? Oh nein. Hier mit einer Kiste, natürlich. Ich, hier. Ja, da wurde ich Juffa. Glückwunsch. Rammels! Rammels! Du Arsch Ich krieg die Kiste, mach dir keine Sorgen Du weißt, ich komme überall raus Das ist wasted von dir Wasted Wasted gar nichts Wenn dir das was bringen würde Jetzt verschwindest du deinen Träger auch noch für so ein Loch Was soll ich denn sonst machen? Weiß nicht Aber ich finde es gut, dass du mir rauswegbaust Wenn du dich unten raussprengst oder rausbohrst, dann hast du ein Problem Warum? Oho, das sieht gut aus Das sieht richtig gut aus Ich meine, ich kann nicht mal was falsch machen Ich kann nicht mal was falsch machen Sagt er jetzt noch Okay, ich kann was falsch machen Ah, der Charge Nee, also die Werkzeugkiste ist jetzt nicht so schlimm, dass du sie bekommen hast Ja, da kommt gleich noch ein hinterher, komm Gut einfach Ja, gute Werkzeugkiste, alles gut Unsichtbarkeit Okay, Jetpack Ich weiß, wen es unterstützen muss Mich Nein Oh Gott Es ist toll gefunden, wenn du deine Kisten kaputt gemacht hättest Das wäre schön Nee, den gefallen tue ich dir nicht Warum nicht? Oh, Kisten gratis für mich? Ist mir doch nicht nötig gewesen Ach Spiel, wieso? So komme ich auch so raus vielleicht? Nein Nein, nein, nein Leck mich doch, ganz ehrlich Ich bin frei Hopp, benutzt die Granate Ach verdammt So, jetzt hast du mir einen Ausweg gebaut Ich weiß nicht wieso, aber hey Ich danke Ich bin mal dankt Oh, noch mehr Oh, das ist schön Oh, ich bin da hoch Ich bin da hoch Keine Arme, keine Kekse, mein Freund Ach was, die Kekse kommen zu mir Ach, siehst du Ach, spring in die Mine Das ist bestimmt Blindgänger Jetzt will er es wissen Ah Ah, schön Gibt's doch nicht die Streffler oben Den Scheiß, warum nicht? Ja An's Guild, würde ich sagen Was? Alles Glück von Zero So Du hast ja den Bohrer schon verwendet, ne? Nein Nicht auf dumme Ideen Verdammt So Falls du lustig ist Falls du eine Granate werfen willst Mach ich noch mal ein bisschen mehr zu Halt, Moment Denkfehler Ich komm hier nicht rüber Komm hier Morgen So Jetzt sind es meine Kisten Oder du sprengst sie halt Indem du eine Granate bei dir reinwirfst Was du eigentlich auch tun musst Hallo Ja, Herr Granate Ich frage mich, ob ich da auf den Schalträger komme Müsste ich eigentlich Und dann gehe ich zu dir Und dann werde ich dich töten Alter, ich will da hoch Keine Arme, keine Kekse Oder wie war das gewesen Ach du Ich komm da hoch Ach, ich hab keinen Bohrer mehr Da war ja was Naja Nein Nein Wo hast du dieses verdammte Stehen her gehabt? Ja Scheiße, wa? Das ist doch pures Mobbing hier Natürlich ist das Teil weg Natürlich Damit ich da hochkomme Okay, die Mine ist ein bisschen gefährlich Aber egal Ey Du Arsch Die Kisten Willst du mich Ja Das ist doch ein Witz Ja Ich bin ein glückliches Zero Wie verarscht mich Noch mehr Kisten Noch mehr Kisten So Jetzt wird es aber zeitig Da unten irgendwie mal loszuwerden Oh nein Ich beschläge dich über deinen Pokédex Ich beschläge mich über dieses Spiel Boom Du kommst nicht zu deiner Scheißkiste Nein Keine Arme, keine Kekse Ja Auch unbedingt Reggie Sie hat Kekse Die sind nur für mich Nein Reggie soll was abgeben Boah, soll ich dir was sagen? Zero Ich hab das Rezept Ich dafür habe ich die Frau, die das macht Ja gut Bock für dich Komm, töte dich einfach selber Du ist doch einfach Geht doch Tschüss Tschüss Schöne Rezept Oh mein Gott Nein Ich bin bei dir Jetzt kommt er zu den nächsten Kisten Das ist doch Ja, und ich hab ein Ninja-Seil, um wieder hochzukommen Dann kommst du aber an die anderen Kisten nicht ran Ach, brauch ich nicht Da ist sowieso ne Bine Ich brauch schon ein Jetpack oder so So Wollen wir mal schauen, was denn diese Kisten ist, ne? Die du nicht bekommst Verdammt Ich denke, ich gehofft, dass ich vor dir drankomme Hm, ja Ja, 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 ja Okay Ist okay Kann ich mitleben So Schön, dass du dich da so gut positioniert hast Lass Creme Brilé in Ruhe Nö Meck doch so gut Ich hoffe, du kommst nicht mehr hoch Gefallen tust dir nicht Ah, könntest du auch kommen Aber wird schwer Wird schwer Wird schwer Wegen der Decke Ja Komm Ist der Typ vor dir dran Oh, wo ist das? Krampel, krampel Da kommst du dich hoch Schön Schön, schön, schön So gefällt mir das Wenn alles nach Plan läuft Dein Plan ist schief gegangen Ach komm Geh nach Hause Du wirst mich niemals aufhalten können Was auch immer du nur planst Nein Okay Oh Gott Okay Du lebst gefährlich, Alter Du lebst gefährlich Alles geplant Das ist alles skill Natürlich Verdammt Du lebst Das war ja... Ja, gut, ist okay. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ist auch nicht schlecht. Gab's nicht früher mal Kisten, in denen Fallen drin waren? Gab's auch mal, ja. Sowas könnte doch jetzt auch ruhig mal da drin sein. Ausgleichende Gerechtigkeit und so. Nein, tschüss! Noch ein Teleporter, ey. Wund... Ah! Du darfst bloß nichts darüber werfen. Reinforzierung, komm! Was ist das? Grenade! Ich hätte nicht vorher zu dem Tode weinen sollen, ganz ehrlich. Und jetzt habe ich mich sogar selbst in die Luft gesprengt und ich komme trotzdem noch nicht raus. Komm, bitte der rechts, bitte der rechts. Da stapeln sich die Kisten! Ach, komm. Ganz ehrlich, das ist unfair. Unfair. Du redest hier was von unfair. Guck mal in den verdammten Zimmern. Guck dir das mal an! Wie viel Glück hast du denn? Das ist halt nicht genug. Reinforzierung kommt! Noch mehr Kisten, ne? Wo der Typ vielleicht tot sein wird. Cool. Ja. Und mich weg, komm. Ich weiß, du willst es. Es sind einfach drei Kisten hinter mir. Und die alle weg sind. Ah! Ah! Ja! Oh oh! Ich glaube meine Runde ist für den Arsch oder? Nein! Ja! Das ist doch ein Witz! Ja! Der fliegt sogar auf die Kisten drauf! Und er ist jetzt dran. Er ist durch die Kiste durchgefallen. Nein! Der steht drauf! Nein! Der steht drauf! Was? Oh! Und der sieht überhaupt... Du, das sieht gut aus! Das sieht wirklich gut aus. Ich glaube eher, das sieht schlecht aus. Für mich. Wieso mache ich denn so schönes? Wieso mache ich denn so schönes? Ich werde jetzt rechts mal runter springen. Das sind ein paar Kisten. Nee! Nicht nach links! Nach rechts! Ach! Keine Arme! Keine Kekse! Ja! Strenges Feuer! So! Wuhuu! Uing! Uing! Und rüber da! Der interessiert sich noch nicht mal für ein Nugget da unten. Nee, du Gott! Okay, das könnte jetzt peinlich werden, was passiert. Aber ich werde es testen. Oh, es geht. Er war nicht wie ein Krümel! Blintgänger, Blintgänger, Blintgänger! Nein! Oh, armer kleiner Nugget. Der kriegt richtig aufs Maul gerade. Er hat keinen Wurm, der irgendwas hat. Keine Kisten. Das können alle mir. Und er kann sich nicht wehren. Ist das schön. Lass ihn. Das ist gerade schon versucht und verkackt. Lass den da oben auch in Ruhe. Lass alle in Ruhe. Ja, den auch. Alle drei. Oh, nein. Schöne Kisten. Nice. Find ich gut. Find ich gut. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Es ist der links dran, oder? Nein, der unten ist dran. Hallo. Du musst dran sein. Jawohl. Und ich bin noch oben drauf. Oh, das Feuer kommt. Ja. Der hat doch hier nur noch gemobbt. Ja, das ist dein eigenes Feuer. Komm. Ist ja immer schuld. Ich sag's euch, Leute. Das ist Mobbing. Am laufenden Band. Ja, noch eine Kiste. Ja, Herr. Oh, du hast den Weg noch umgebahnt. Also, gut gezielt. Muss man schon sagen. Das war nicht der Plan gewesen. Aber gut. Ja, Herr. Allein nur eine Granate da unten hin und der Wurm ist tot. Meins, meins, meins. Spreng doch einfach in den Tod, verdammt. Mal gucken, was passiert. Das war nicht geplant. So, hat ein neues Loch für sich entdeckt. So. Geh zurück in dein Loch, wo du hingehörst. Was zum... Das ist doch spät. Mitten im Magneten getötet. Mit einem verdammten Magneten getötet, denke ich. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich mich selber treffe, aber dann... Ging's doch noch gut. Schön. Du kannst weiterlaufen. Langsam seh's nicht mehr ein. Selbstmord, komm, mach Selbstmord. Was soll ich von hier aus machen? Neuseless. Soik. Einfach mal auf gut Glück. Irgendwas müsst ihr schon treffen. Ja. Ja, irgendein Loch. Oh, nein. Na ja, immerhin. Hast du ein Loch getroffen? Das kann jeder mal von sich behaupten. Schmacklose Witze, nur bei Zero. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Grimmel landet. Ja, bei der Mine war's wenigstens wahrscheinlich, weißt du. War's doch nicht bei der Granate. Hallo. Ja, jetzt hast du mich getroffen. Oh, nein. Oh, nein. Ach, Mann. Hast du dein eigenes Grab geschaufelt? Egal. Was hast du davon? Passiert. Kiri, komm her, Big Bird. So, was mach ich jetzt mit dir? Ich hab ne Idee, was ich tue. Die saufen doch ab, oder? Ich weiß, die saufen ab. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, was könnte. Der übelste Suizidversuch ist einer der Zeiten. Doch, geht. Jeder andere wäre abgesoffen. Nur Zero, Warnhub nicht. Weil ich gut bin, Alter. Nein, weil du Glück hast. Das hat das mit Glück zu tun. Ich wusste, dass ich es nicht schaffe. Ich weiß, dass man hier rüber kann. So, weißt du, da unten ist ein ganz großes, feuchtes, nasses Loch. Wenn der Wurm da nicht rein. Dass ich erst mal schließen werde. Er hat zu viel Angst vor dem Loch. Ja, ich hab Angst vor Löcher. Wusstest du das nicht? Vor allem, wenn sie feucht sind. Oh. Oh, scheiße, das reicht nicht. Ist ein bisschen gewagt, aber ich mach's. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Ja, ich hab's. Das fühlt mich besser an. So, was wird der Nagel tun? Oh, nein! Ja, Herr! Grenade! Keine Kiste für Zero? Ach, nichts. Ich stand da gerade eben. Ich bin froh, dass ich weggegangen bin. Schau mal, Zero, das Loch ist wieder auf. Macht nichts, macht nichts, alles gut. Du wirst nicht lange genug leben, um da irgendwas machen zu können. Verdammt, darum ist noch nicht echt gewesen. Ach, ich hab kein schön viel Zeug, muss ich sagen. Gib mir was ab. Okay. Nein, nicht in dem Sinn. Ja, scheiße. Kiste, willst du nicht auch irgendwie explodieren? Danke. Oh, lass mich allein. Bist du, du hast auch mal ein bisschen Glück. Oh, Kisten. Hallo, ja, Herr. Ja, du bist zufrieden. Komm, du bist zufrieden. Ja, du bist zufrieden. Oh, du bist zufrieden. Oh, du bist zufrieden. Und ich bin zufrieden. Aber jetzt mach ich nicht sicher nach unten. Schade. Was? Mit E. Das muss ich eventuell gar nicht. Ich hab nämlich einen Plan. Bitte! Nein! Okay, gut. Aufversuchwert. Ich hätte doch den Fallschirm nehmen sollen. Du, ich habe so viele Pläne, du kannst gar nicht gewinnen. Nicht mal bei Sudden Death kannst du gewinnen. Verstehst du? Nicht mal bei Sudden Death kann er gewinnen. Es ist einfach unmöglich zu gewinnen. Aha. Das ist wohl der Beweis, dass Zero cheatet. Überhaupt nicht von irgendwo hier treffen. Doch. Oh, ich geh doch. Du Arsch. Aber ich bin noch am Leben. Und nur das zählt. Hättest du da oben deine Sicherheitsverkehrung nicht gemacht, wärst du jetzt tot gewesen. Glück gehabt. Glück? Skill? Skill? Verwechselst du da gerade, glaub ich, was? Ne, ne, alles gut. Komm her, Big Bird! Komm her, Big Bird! Oh Gott, es hat funktioniert. Aha! Nein, jetzt komm, funktioniere! Der Masterplan kann nicht schief gehen! Der Masterplan hat wohl ne Lücke! Come on! Weißt du, kannst das Würmchen! Wäre ich noch was anderes? Komm, wo ist der Ninja ist oder sowas in der Richtung? Aha, nein. Hmhm! Ich tüte dich, diese Runde, echt mit irgendwelchen billigen Sachen. Du hast mein Magnet und jetzt mit der Wiederbelebung. Ach Gott! Hallo! Scramble! Scramble! Du hast doch noch diesen einen Wurm, ne? Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich hab'n Plan, wie ich an die Kiste drankomme. Penner! Benner! Benner. Haben wir noch den Plan? Ja. Das heißt, das ist ein Jetpack. Aber ist ein bisschen wasted, wenn ich das jetzt mache. Weiß nicht, soll ich's tun? Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Das war doch ein Lied gewesen, oder? Nein. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Das ist Brot. Ah. Oh, meine Würmer sind da unten viel zu gefährlich. Ich muss den Zug jetzt machen. Okay. Ich bin gespannt, was du jetzt machst. Jetzt, wo du nicht weißt, wo all meine Würmer sind. Ich bin gespannt, was du jetzt machst. Du lebst gefährlich, du lebst recht gefährlich, muss ich sagen. Mit dir auf einer Insel sowieso. Ja, ich weiß, ob wir auf der gleichen Insel sind. Ah, da ist der zweite. Jetzt explodiert nicht im Feuer. Nein. Hast du gekauft. Hast du Glück gehabt? Aber jetzt bist du da unten. Hallo. Ja, Herr. Zehn Minuten bis zum Endeff. Hältst du das durch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ludo ist jetzt natürlich mein Schutz. Geht's. Toll. Super. Ja, komm. Noch mehr. Ja. Wir haben hierhergekommen! Hier! Ja, Herr. Hier? Du weißt gar nicht, wo der erste ist. Sonst wäre jetzt irgendwie so, dass du ihn nicht getötet. Weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass der Wind das Napalm noch weiter nach rechts trägt. Ich wollte beide treffen. Okay, mal gucken, ob ich zielen kann. Ich muss mein Handy auf meinem Bildschirm legen. Es könnte was werden, aber ich könnte auch übelst failen. Jetzt fängt der hier mit einem Lineal an, oder was? Nein! Nein! Ich war's nicht! Ich bin unschuldig! Aber ich habe vergessen, dass er eine Kurve fliegt. Dass er nicht gerade fliegt. Ja. Auch ein Geodreieck. Um den Winkel zu berechnen. Um den Winkel zu berechnen. Das ist mit Wurm in Ruhe. Er hat dir nie etwas getan. Und das stimmt sogar. Du bist ein verdammter Lacker. Du bist ein verdammter Lacker. Ja! Ha, 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 ha. Alles geht. Lacker. Du bist ein Lacker. Du bist ein Lacker. Okay. Komm her, Big Bird! Fliege! So, wie machen wir das jetzt mit dir? Ja, nur überlegen. So, ich die ich mittlerweile mal ein Armageddon oder sowas bekommen? Ich habe so einiges in petto, ja. Mir fällt auch spontan etwas ein, was ich tun möchte. Margeton wäre aber jetzt ganz witzig. Hat der Kerl vor... Es reicht! Die Magnete, sie sind befreit. So, du kannst zwar einen Wurm töten, aber dann würde ich der andere Wurm töten. Also du hast eigentlich keine andere Wahl, als zu sterben, gieberlich, verbluten. So einer bist du, ja? Ja, da kannst du ruhig bleiben. Ganz viele Kisten. So einer dreckigen Lacher arbeiten wir noch, ne? Ich habe mich nur wegen den Kisten gefreut. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Ich will jetzt nicht zu dir rübergehen und Turrets setzen oder so. Nein, nein. Vor allem kommst du da nicht raus, wenn ich den da hinsetze. Ja, schön. So. Wo ist das? Ach, da. Hihihihi. Tschüss. So. Sie sind offiziell gefangen, Mister. Und ich krieg weiter Kisten. Hallo. Hallo. Ja, Herr. Was ist gar nicht funktioniert? Ein Elektromagnet bei einer Turret? Nö. Aber du kannst dich ein bisschen schützen. Erster Wurm. Egal. Ich habe dich ziemlich bei den Eiern. Alles gut. Kiri! Na, Nugget? Kiramisu mach dich fertig. Och du. Mal gucken. Komm! Gib mir den Pixel! Ich weiß, dass er existiert. Ja, siehst du mal mit einer Maus. Wär das ganz einfacher? Ich hab ne Maus. Ich benutze sie nicht. Übrigens spiel ich mit dem Controller und der Penner spielt nur mit der Maus. Er glaubt er ist besser als ich. Schreibt's in die Kommentare. Ich bin besser als du. Zero for the win. Ne, mal ehrlich, das würd mich jetzt mal interessieren. Was findet ihr besser? Maus oder Controller? Zumindest mal jetzt in so einem Spiel wie Worms. Ich hab von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Controller! So. Du kannst den Tyrod kaum treffen, weil da runterrutscht alles. Und selbst wenn du ihn triffst, dann setze ich einen neuen hin. Also überleg dir ganz genau was du tust. Hallo! Ja, Herr. Hahaha. Ich muss mal sagen YOLO. Okay. Da kommt man noch nicht mal rausgelaufen. Sehr schön. Eine Runde weniger. Wir haben hier erreicht. Alles meine Kiste. Alles meins. Alles meins. Oh Gott. Alles meins. Das war knapp. Ja. Auf, spring in den Tod. Nö. Du willst es doch. Nö, will ich nicht. Keine Ahnung, wieso ich die Lebenskisten will. So. Irgendwas du noch so hast. Also, Magneten. Cool. Ich hab Magneten. Oh Gott. Magneten sind doch was schönes. Ja, du hast gleich zwei davon. Wenn du gleich einen negativen oder einen positiven hinsetzen könntest, wär bestimmt voll super gewesen. Hätt ich nen Supermagneten. Hallo! Scramble! Scramble! Ah, also den Plan von eben könntest du schon mal vergessen. Du kannst dich nicht mal umdrehen um ne Granate zu werfen. Ach, ist das schön. Der Nugget voll eingesperrt. Ja, schieß noch länger. Doch ein Witz. Ein Witz am laufenden Band. Ja, ich find's echt lustig. Muss ich schon sagen. So, was machen wir jetzt? Ich könnte Kamikaze machen, wenn du willst. Ja, mach das. Der Welt einen gefallen. Nein. So, ich werd hier erstmal ne Granate plasen, damit ich darüber kann. Oh nein. Sag dir, du würdest mit Kamikaze der Welt einen gefallen machen. Nein, nein. Kannst dir sogar beweisen. Ja, mach Kamikaze. Nein, wenn du Kamikaze machen würdest. Du würdest der Welt einen gefallen tun. Ja, bei dir doch auch. Wenn du gleich Stehlen in der Kiste bekommst, solltest du da jemals rauskommen, dann mach Kamikaze. Dann wollen wir's testen. Und wenn's funktioniert, dann mach ich's auch. Ich hab echt keine Ahnung, was ich grad hier machen soll. Sterben. Bist du bei den Eiern, ey. Stirb doch einfach. Dem Ding muss doch langsam die Munition ausgehen. Oh, bin sie liebig. Ah, war ne Kiste für mich. Das wär doch nicht nötig gewesen. So, du hast Glück, dass der Wind grad nicht mitspielt. Ich darf mal random was rüber. Mal gucken. Schau das! Ja, das Feuer verabschiedet sich. Cool. Feuer auf Wanderschaft. Ich dachte, es wird zumindest, du weißt nicht, auf dem Träger hängen bleiben und dann die nächste Runde runterkullern. Keine Ahnung. Das war der Plan. Dann ist wohl fehlgeschlagen. Die so ein bisschen. So. Da geht. Tu was. Dein Geld. Ich bin frei. Schon frei. Schon halb. Ja, Whatsapp Obama. Da hast du recht. Thanks, Obama. Thanks. Oh, das muss klappen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist knapp. Ins Loch mit dir. Ne, ne. Aber sie kommt hier glaube ich nicht weg. Ja, ich muss. Kannst du mal irgendwie. Nein, 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 nein. Nein, lauf doch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Egal was. Was sollst du schon tun? Ich hab ein bisschen zu viel mit dir rumgespielt glaube ich. Ich hätte dich sofort töten sollen. Egal, du kannst mich nicht töten. Egal was du tust. Es ist quasi unmöglich. Kommst nicht mal in die Kisten rum, wenn ich im Weg stehe. Danke, Mann. Hallo. Ich kommst nicht an mir vorbei. DU kommst nicht vorbei! Du sollst nicht passen. Äh, doch, ich will aber. Ich hab einen zu fetten Hinterklar. Weg da, weck da, Gandalf! Lass mich durch. Da freut er sich. Guck dir jetzt an. Schaffst du es nicht? Schaffst du es nicht? Nein, Nuggets. Nein, Nuggets. Ich mache es mit mir selbst. Ist das irgendwie verwerflich? Das ist ganz normal. Wenn man in der Pubertät ist, ist das ganz normal. Dann hol ich mir mal die Kisten, würde ich sagen. Und dann troll ich dich noch ein bisschen. So, hellgut, die brauche ich nicht unbedingt. Mein Feuer unten brinnt immer noch. Ja! WTF? WTF? Oh Gott. Ich bin nicht tot. Oh Gott, er kriegt alle Kisten. Ich bin tot. Da muss nur ein Baseballschlinger drin sein und ich bin weg. Ach Gott, das kann doch nicht sein. Und wenn ich jetzt sterbe, ne? Wenn ich jetzt sterbe. Das ist einfach wohl ein Blotwurst, ne? Oh Gott. Oh Gott. Tu mir das nicht an, Nuggets. Tu mir das einfach nicht an. Was zahlst du denn? Meine Seele. Du riechst meine Seele. Nein. Bitte flieg nicht weit. Bitte flieg nicht weit. Nein. Oh. Ja. Ja. Yes. Puh. Ah. Glück gehabt. Heilige Scheiße. Okay. Okay. Jetzt kriegst du das zurück. Jetzt kriegst du das zurück, Alter. Komm erst mal hoch. Doch. Ach du, das ist gar kein Problem. Wie wieder mal diese Runde ist das, dass ich dich einbauen? Komm schon Pixel. Ich sag doch. Maus ist Master Race. So, was mache ich jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich über einen Übrigen machen soll. Oh, ich baue dich noch ein bisschen mehr ein. Komm schon, Mann! Ich bleib mal hier. Nur Sicherheitszimmer, wenn du doch irgendwie rauskommst. Oh Gott, das ist ja... Das wird zu viel von den Nerven. Rammeln! Rammeln! Ach schätze, jetzt habe ich eine Brücke hingebaut, aber kommen noch die Träger wahrscheinlich nicht hoch. Wieder gefehlt. Wird da ganz bestimmt nichts machen. Teuert! Und was soll dir das dann im Endeffekt bringen? Wirst du schon sehen. Weißt du irgendwelche Pläne, von denen ich nichts weiß? Wenn du von irgendwelchen Plänen von mir wissen würdest, dann bräuchten wir das ja gar nicht zu spielen. Ja, tu, also ich habe einiges im Petto. Das war nicht mal so schlecht, die Idee. Okay. Da ist bestimmt noch ein Teleporter. Nein! Ich doch nicht. Ah, vielleicht war es nicht so schlau neben die Kiste. Egal. Ja. Passt. Das wird schon. Du musst irgendwas haben. Irgendwas, was du in der Luft platzieren kannst, aber ich bin tot. Höchstwahrscheinlich. Ja, komm. Die Kiste. Die Kiste bringt mich um. Warum Kiste? Warum? Napalm. Komm schon, Napalm. Ach, du bist ein Heuchler. Ja! Ich habe gewusst, ich hätte mich woanders platzieren sollen. Aber ich dachte mir... Da sieht man es mal wieder. Ja, komm. Dero hat kein Skill. Das ist alles nur Glück gewesen. Ja. Das Glück hat dich verlafen. Wir sehen uns in der nächsten Runde, würde ich sagen. Und dann kommt die Revanche. Arsch. Ja. Ich bin besser als du.